Ja, hat's ja gelohnt. 32 AP ist es gar nicht. Das sind drei Kämpfe. Hüi fühlt sich stark. Es ist tot. Es ist entstehend gestorben, als ob es die Höhen Taim schützen wollen. Ja, was ist das denn? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Das haut einen echt um. Zisch. Ja, ich hab's auch schon gelesen. Nein. Nettes. Nette Mutter, oder? Hüiih, Mami. Das sieht so aus, also, ja. Ich will springen. Das hat bestimmt wehgetan. So ein niedriger Fluss, dann so ein ganz... Ne, ich weiss nicht. Bunyan, Junge. Danke, danke. Gute Frage. Und so kam der Folgen doch noch. Nein, wirklich. Schöner Abendblick, oder? So eine offene Kiste? Ein Neute. Haben wir? So eine offene Hohner. Und so ein bisschen warst. Und so... Wir haben immer wieder gehört. Wir haben, wir haben wieder. Wir haben immer noch ein bisschen... Wir haben... Wir haben hier eine offene Hände. Und so hat es, was wir da sein... Und so hat es, was wir in Serien Baseball geht. Wir haben jetzt immer wieder ein... Wie toll. Wir werden geliebt. Man achtet auf Rü. Ob ich mir einen nehme? Ja, aber nimm dir doch einen. Guck nicht so. Auf geht's. Autsch. Erstmal wollen wir uns den Beutel, wollte ich sagen, aber nein. Ob ich schlau genug bin? Natürlich nicht. Wir haben mehr als genug Zenni. Wir können auch nicht einkaufen gehen. Das fällt mir grad mal so auf. Du fandest Ammoniak. Damit können wir tote Leute wiederbeleben. Töten geht schneller als die Pflichten. Aber da kann's schiefgehen. Auf geht's.